Ja! Hohoho! 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 Ja! Ich würde schon sagen, willkommen zum Weihnachts-Special! Oh, was ist denn das? Was habe ich denn hier im Inventar? Uh, was ist denn das? Ja, ich werde euch zeigen, was das ist. Dazu brauche ich aber mal Untertreibstoff. Redstone. Glowstone. Und jetzt, hm, was brauchen wir noch? Doch, also, wir wollen ein paar Lampen machen. Die werden hier aber anders gemacht, als die Lampen im echten Minecraft. Ja, in der Richtung brauchen wir dazu ein bisschen mehr Sachen. So, wo habe ich denn hier? Die Farmsachen müsste das sein. Farmsachen oder etc. Ich glaube dann unter etc. So, was haben wir denn hier? Genau, Indigo. Rosen. So, den Philosopher's Zone raus hier. C. So, was wir jetzt brauchen? Da, Rose Red. Indigo Blue. Und das, was wir machen, ist sozusagen Lampen in der Richtung. Die werden so gemacht. Boink! Blue Luma. Und dieses Blue Luma wird benutzt, um Lampen herzustellen. So, ich zeige euch mal das. Da wir jetzt hier eine Cyan, eine Blue Lamp haben. Oh, wie wird diese schöne Lampe gemacht? Mit Blue Luma, sechs Glas und Redstone. Wichtig, diese Lampen kann man nicht vervielfältigen. Heißt, ihr müsst sozusagen mit dem Grund anfangen. Heißt, ihr braucht sehr viel Redstone, sehr viel Glowstone. Kaktusgrün. Je nachdem sieht man hier, was für Farben es gibt. Redstone Lamp. Redstone Lamp gibt es natürlich auch. Eine ganz normale. Ist ein Glowstone mit Redstone außen herum. Klar, sicher. Kann man machen, muss man nicht. So, das will ich jetzt aber machen. Jetzt wieder ein bisschen mal den Ventar aufräumen. Koppelstones brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Iron Ore kann er damit nichts anfangen. Zauber-Sachen geben wir auch mal den Eimer rein. Das tun wir mal rein. So, jetzt, was wir noch brauchen. Ich weiß nicht, Getreide. Wo ist denn das hier? Etc. Haben wir hier zufällig was davon drin? Ja doch, wir haben noch ein bisschen Glas. Und das, was ich noch brauche, ist die Kettensäge. Oh, zwei Diamond Drills. Habe ich einmal eine aus Versehen zu viel gemacht. Kettensäge, Chainsaw. Genau. So. Das, was wir jetzt brauchen. C. Wir brauchen Glas. Glas. Dann nehmen wir zwei von diesem blue-glühenden Zeug und eine Redstone unten. Und das macht dann eine Blue Lamp. Ich habe das mal auch schon vorbereitet. Hier mit so Purple, Cyan, Rot. Dann haben wir das jetzt auch. So. Das, was ich aber vergessen habe, ist natürlich die Yellow Lamp. Die macht mal ein Dandelion, Lemon. Oh je. Okay. Dann, warte mal. Moment mal, ich habe doch hier gelbe. Genau. Gelb. Ich habe jetzt eine... Ich muss mal ganz schnell gucken. Wenn ich nämlich das Gelb mache, hat das einen MC-Wert. Genau. Perfekt. Hat einen MC-Wert, heißt, ich kann mir mal ein bisschen mehr davon machen. Ich bin bekloppt. Jetzt habe ich all mein Gelb da reingetan. No. Gelb. Gelb. Ugh. Ja, ich möchte ein bisschen Glowstone haben. Zeige mir mal Glowstone hier an. Ugh. Ach stimmt, Glowstone ist ja Fuel. Das müssen wir wieder anders machen. Moment mal. Ich glaube, ich habe noch hier was. Genau. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal so einen halben Stuck davon. Obwohl, wenn ich mal das hier reingebe. Ich bringe Glowstone umwandeln. Ein Stuck, zwei Stuck, drei Stuck nehme ich mal raus. Und dann brauchen wir auch noch Redstone. Redstone unter Treibstoff, genau. Habe ich zufällig unter etc. noch... Eine Blume. Ah, super. Dann kann ich jetzt rausrennen und mir eine gelbe Blume besorgen. Joinks. So. Joinks. Natürlich ist Redstone weniger wert. So, nehmen wir mal ein bisschen. Nehmen wir auch noch mal ein bisschen hiervon. Genau. Solange sich das umwandelt, tütteln wir mal alles hier rein. Wir brauchen ja mehr Redstone. Weil für die Lampen an sich brauchen wir noch Redstone. So, zack, 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 zack. Das können wir auch wieder reingeben. Nehmen wir noch mal ein bisschen Glowstone mit. Redstone. Redstone, Glowstone. Redstone, Glowstone. So, und so. Wie man sieht, ist das schon einiges mehr. Aber das werden wir alles so einigermaßen brauchen in der Richtung. So, jetzt haben wir hier noch einen Diamanten. Dann tütteln wir mal den Diamanten hin und jetzt wandelt sich alles wieder um. So. Weil, das was ich natürlich speziell für Weihnachten vorbereitet habe, kann man natürlich... Ah, cool. Perfekt. Ja, das Wasser habe ich hier immer noch nicht weggemacht. So. Jetzt behalten wir das aber mal. So. Ich glaube, das ist auch nämlich Treibstoff. Oder? Das ist jetzt die Frage. Ist das Treibstoff oder ist das normal? Ne, das ist normal. Gut. Brauchen wir nämlich davon auch ein bisschen. So, so, so. Genau. Wow. Okay, ich höre Zombies. Die müssen dann wohl in meinem Keller sein. So, dann geben wir mal... Achso, wir brauchen noch Glas. Stimmt. Tun wir mal das Glas hier in die Mitte. Poink, 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 poink. So, jetzt tun wir mal alles hier rein, was wir so nicht mehr brauchen. Nehmen wir das weg. Das weg, das weg. Normalerweise, da wir die Tools haben, können wir unsere Diamond Pick auch wegmachen. Aber das ist was ganz anderes. So. Uppala. Wo ist eigentlich mein Chicken? Ach, da ist es ja. Was wollte ich machen hier genau? Wollte das hier machen und dann wieder ein bisschen aufräumen. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Brauchen wir. Oh, diese Setzlinge brauchen wir nicht. Der Pumpkin kann auch weg. So. Wird schon sagen, wir sind soweit eigentlich gut bedient. Jetzt, was wir machen müssen, ist natürlich Glowstone ein bisschen mehr rausholen. So, Glowstone, Redstone, Glowstone. C. Ähm, gelb. Redstone. So, poink. Einstack. Ich denke, wir machen aber davon noch mehr. Zwei Stacks. Also, zwei Stacks-Lampen. Das ist natürlich sehr gut. So, 16, 16. Ich muss schon sagen, es wird eh nicht reichen, weil wir brauchen ja zwei davon und hiervon was. Also, schaffen wir nicht mal einen Stack-Lampen zu machen. Oh je, da muss ich noch mehr Glas machen. Zeug. So. Rechtsklick. Glas. Wir brauchen noch ein paar Stacks. So. C. Bisschen hier auseinanderfächern. So. Dann brauchen wir noch hier diesen Schirm Dandy. Dandy, 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 Papi. So, zack. Klack, 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 klack. So. Jetzt können wir mal ein bisschen sauber machen. Wenn wir einfach mal hier alles verfeuern, was wir nicht brauchen. So, die neuen lassen wir natürlich da. Die tun wir schön in unser kleines Packet hier. Genau wie das Gelb. Falls wir da noch mehr brauchen. So, dann das hier raus. Luma kann raus. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. So, wir brauchen jetzt gleich nur noch ein paar Sachen. Das leckere Pockchop kann weg. Ich frage mich, weshalb hier sozusagen das Essen nicht als Fuel zählt. So, ich werde mal wieder die Zeit zurücksetzen. Also im einfachen Grund, ich hasse es, bis hier nachts zu sein. So, was wir jetzt brauchen, ist unsere Chainsaw. Denn wir brauchen sowas hier. Genau, einen brauchen wir davon. Die Kettensäge dient ja auch als Schere. Heißt, sie macht das hier auch kaputt. So, jetzt können wir mal gucken. Ich hoffe, yes, perfekt. Leaves, Leaves. Nehmen wir davon, ja, schon so ein paar Stacks. So. Denn, ich finde, das, was unsere Fabrik verdient hat, oder was hier allgemein ein bisschen fehlt, zur Weihnachtszeit. Oh, kann man dann jetzt vielleicht schon erraten, was es ist. Genau. Jetzt wird nämlich ein Weihnachtsbaum. So, zack. Wir nehmen natürlich nicht Robberwood, wir nehmen das schöne normale Wood. So. Genau. Ich werde aber was Besonderes machen. Nämlich eins, zwei. So. Der Power, der Paum, ja genau, der Paum, ne, der Baum wird nämlich besonders, zahlb, oder er wird ein besonderes System haben. So, genau. Deshalb muss er halt ein bisschen dicker sein. Das könnte man natürlich irgendwie anders auch noch regeln. Das werde ich euch aber ein andermal zeigen. So. Dann werden wir jetzt den schön hochbauen. So. Ja. Genau. Wenn wir jetzt die Leaves nehmen, dann machen wir unser Inventar wieder ein bisschen sauber. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Ja, Holz verbrennen. Doppeldeutig. Man kann sie verbrennen oder in EMC umwandeln. So. Wenn wir jetzt nämlich anfangen, die Leaves hier zu machen. Also, hoffentlich ungefähr. Aber ich muss mal gucken, wie groß der ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn ungefähr. Okay. Dann wird der hier unten so äquivalent dazu wirken. Natürlich keine 15. Das wäre ein bisschen großer Baum. So. Genau. Machen wir das mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun von mir. So. Natürlich wird das jetzt nicht komplett so wie eine Pyramide geformt sein. Ich glaube, das würde dann ein bisschen schlecht aussehen. Allgemein, da das so groß ist. So. Jetzt muss ich zuerst mal was Kleines ausprobieren. Jetzt habe ich hier mit den Red Alloy Bayern. Dann habe ich noch ein paar hier. Die da auch dran geben. Ne. Gut. Dann wird das ein Problem sein. Dann muss ich das hier anders machen, so. So. Dann wird das hier weggemacht. So. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ist natürlich dann nicht der schönste Baum. Aber es soll ja nur die... In der Artenbaum sein, so. Obwohl ich glaube, hier muss ich hier wegmachen, so. Denn es wird nämlich was Besonderes sein. Jetzt weiß ich nicht. Kann ich das an Glas tun? Das ist die Frage. Nein, an Glas kann ich das auch nicht tun. Mist. Poink. So. So. Was mache ich da denn dann? Ah, dann wird... Da wird mir schon was einfallen. So. Genau. Wir brauchen mehr Leafs. So. Dann schmücken wir den mal ein bisschen hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das hat so einigermaßen noch... Wirkt. Oder was heißt wirkt? Das hat sozusagen einigermaßen okay ist. So. Da haben wir jetzt hier schon mal ein weniger. Das heißt, wir machen hier, 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 hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Ich hätte ja auch ganz einfach einen ganz normalen Baum nehmen können. Sozusagen vier Setzlinge und dann ein Bone Meal verwenden können. Weiß nicht, weshalb ich das nicht gemacht habe. Sieht besser aus als so ein künstlicher Baum, den ich hier zauber. Äh, total bekloppt aussieht. So, ein Kürzer. Doch, ein Kürzer, ein Kürzer. Wieder ein Kürzer und dann müsste das wieder hier mit passen. So. 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 Ungefähr. Gut. So, ein Kürzer. Äh, wieder ein Kürzer. Ich glaube, ich nehme dann öfter mal die Säge. Dann geht das einfach noch schneller. Aus dem Grund. So, dann geht es wieder ein hier. So. Ah. Ja, ja, ja. So. Und dann geht es hier wieder entlang. So. Und dann das gleiche Spiel hier nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Moment mal. Habe ich noch genug so? Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Wie gesagt, eine Ecke ist dann halt immer so komisch, weil ich sozusagen ungerade Zahlen genommen habe. Hätten wir gerade genommen, dann wäre es natürlich besser gewesen. Aber, naja. Ich könnte dann hier eine 10 hinmachen, damit es vielleicht besser aussieht. Aber ich glaube, das ist nicht so relevant. Hier, weg damit. So. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Und dann wieder ein mehr. So. Und dann werden wir hier bis zum Ende machen, genau. So. Dann müssen wir hier ein weniger machen. Und dann wird das sozusagen nach oben wie so eine Pyramide folgen. So. Das werde ich dann jetzt auch mal machen. Äh, 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 äh. Ja. So. Wie gesagt, ich hoffe, für euch war das ja genauso gut wie für mich. Für mich war es definitiv erfolgreich. Da ich ja jetzt schon, ja, wie gesagt, 43 Abonnementen zähle. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme. Sind zwar nicht viel. Im Gegensatz zu anderen Hardcore-Let's-Playern in der Richtung. Aber, Quatsch, stört es mich. Solange ich einen Fan habe. Oder jemand, der meine Videos guckt. Und dann sagt, hey, ich finde deine Videos gut. Reicht. Ich brauche nicht mehr Anerkennung als, äh. Wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Hobby, was ich hier habe. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, hey, ich zocke ja eh die ganze Zeit. Dann kann ich das ja auch aufnehmen. Vielleicht wächst einem ja auch eine Idee daraus. Entweder selber einen Channel zu machen. Weil er sagt, boah, der Channel ist kacke. Ich muss dem unbedingt zeigen, wie es besser geht in der Richtung. Oder einfach aus dem Grunde, hm. Vielleicht ermutigt er mich vielleicht auch mal sowas selber auf die Beine zu stellen. Und dann sage ich auf jeden Fall, wieso nicht, ne. Also ich sehe liebend gerne nicht diese Mainstream-Let's-Playern. Sondern mehr welche, die ein bisschen unbekannter sind. Und das ist im einfachen Grunde. Deren Fan-Community oder, was heißt Fan-Community. Deren Fans oder Community liegt denen noch richtig am Herzen. Nicht so welche, die dann sagen, oh, ich habe ja 200.000. Ich kann ja dann eh nicht auf jeden eingehen. Also ist es besser. Das war schon so in frühen Zeiten bei mir. Wenn es zum Beispiel in der Richtung, obwohl das passt, in der Richtung ging. Ja, wie soll ich das sagen? Ohne jetzt so richtig nerdig zu wirken. In, ja. Man weiß, ich habe auch irgendwann mal WoW gespielt. Das war schon ein bisschen länger, länger, länger her. Aber, ja. Da war es mir auch irgendwann mal zu viel. Ich war in vielen Gilden. Was heißt in vielen Gilden? Ich war in mehreren Gilden. Ob jetzt Raid-Gilde, später auch nur eine Fun-Gilde in der Richtung. Aber ich habe gemerkt, wenn Gilden zu groß geworden sind, dass sozusagen auch viele da auf der Strecke bleiben. Oder sich natürlich dann viele nicht miteinander verstehen. Ist ein sehr natürlicher Prozess. Denn nicht jeder Mensch wird jeden Menschen mögen in der Richtung. Ist so normal Rudelverhalten etc. Das ist genauso wie bei Hunden. Da mag auch nicht unbedingt jeder jeden im Rudel. Und wie gesagt, ist nicht so schlimm. Aber für mich war das dann halt einfach irgendwann mal blöd. Wenn man jetzt zu viele Leute hatte. Ob bloß, dann sind natürlich einige noch liegen geblieben. Aus dem einfachen Grund, viele haben dann zum Beispiel keine Zeit gehabt, sich selber irgendwas zu organisieren. Und wurden dann einfach liegen gelassen. Gar nicht mehr darum gekümmert. Und sowas wollte ich dann halt auch nicht mehr unterstützen. Nicht, dass ich die Gilde nicht unterstützt habe. Nein. Einfach dieses Massenphänomen. Halt mehr Masse statt Klasse. Ich habe dann lieber mehr. Sagen wir mal wie euch Abonnementen. Abonnementen. Jetzt habe ich da viele. Also viele. Jetzt habe ich mehr als eine Handvoll. Trotzdem weiß ich zum Beispiel, dass öfters mal ein Kommentar geschrieben wird. Und natürlich versuche ich auch auf jeden Kommentar, falls es natürlich möglich ist, auf diesen Kommentar zu antworten. Was natürlich viele bei 3 Millionen Abonnementen nicht können. Die können keine 3 Millionen Kommentare beantworten, weil dann würden sie ja immer noch den ganzen Tag, die ganze Nacht nur Kommentare beantworten oder sozusagen eine Antwort zu gewissen Kommentaren schreiben. Ich versuche noch, soweit mir die Zeit zu nehmen, den Kommentar durchzulesen, wenn ich den natürlich verstehe und eine Antwort darauf geben kann, eine Antwort zu geben. Ist natürlich bei meiner Zahl noch möglich. Wer weiß, wie es in 2 Jahren aussieht. Okay, 2 Jahre ist eine gut geschätzte Zeit. Sagen wir mal in einem Jahr weiß man ja auch nicht mehr, was dann sein wird. Kann sein, dass ich dann auch mehr Abonnementen habe. Trotzdem werde ich darauf achten, dass es mir wichtig ist, in der Richtung viel auf meine Abonnementen zu setzen. Und immer, wenn sie Fragen, Ideen haben, diese auch umzusetzen. Jetzt kann man dann auch sagen, ja, hey, du magst ja deine Abonnementen. Dann sag doch mal irgendwelche paar Namen oder so von den Abonnementen. Dann könnte ich jetzt sagen, hm, hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Vielleicht, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das hier gemacht habe. Okay, ich habe das hier nur so hochgezogen. Okay. Auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ich kann nicht alle sagen, weil selbst auch 43 blöd ist, alle auswendig zu lernen. In der Richtung. Plus, ich habe ja nicht nur dieses Let's Play, diesen YouTube-Kanal, sondern ich muss mehr sozusagen den Kopf frei bekommen. Für meine Meisterschule, für meinen Betrieb, da weiter alles lernen. Sich zu verbessern, das ist auch immer wichtig. Ich kann nur jedem wichtig sagen, wenn er einen Job hat, den er zumindest auch längerfristig behalten möchte, sich jetzt nicht so den, ja, diesen alltäglichen Rhythmus da geben. Es gibt, man kann ja vielleicht sagen, ja, klar, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, ich weiß schon alles. Nein. Selbst nach 20 Jahren gibt es immer noch welche, die dann zumindest auch bei mir im Betrieb sagen, hey, das wusste ich noch gar nicht, man lernt ja nie aus. Genau dieses Wort. Man lernt ja nie aus. Ist das Wichtigste, was ihr euch immer zu Herzen nehmen sollt, aus dem einfachen Grunde, man lernt nie aus. Der Mensch allgemein soll sich immer ein Ziel stecken. Also jeder Mensch hat ein Ziel. Wenn er kein Ziel mehr hätte, würde der Mensch in sich kaputt gehen. Das sage ich jetzt nicht nur so, das belegen auch so viele Psychologiebücher, die man natürlich jetzt für die Meisterschule nicht unbedingt braucht. Aber ich habe mal gesagt, komm, sei mal so intelligent und nimm dir noch ein bisschen mehr dazu. So, okay, die eine Seite sieht jetzt bestimmt kacke aus, aus dem einfachen Grunde. Ist ein bisschen uneben. Aber egal. Ein Mensch, der sich kein Ziel gesteckt hat, geht ein, weil er sozusagen nach nichts mehr greifen kann. Dem fehlt sozusagen irgendetwas, wie man sagt, man soll ja immer nach den Sternen greifen. Dieses fehlt dem Menschen dann. Deshalb, selbst wenn man 20 Jahre in einem Betrieb macht, trotzdem nicht so sein, hey, ich weiß ja eh alles in der Richtung. Dann kommt bestimmt vielleicht ein Neuer oder dann kommt jemand anders und sagt, hey, was ist denn damit das und das zum Beispiel? Oder geht das zum Beispiel? Und schon hat man vielleicht eine kleine Problematik. Was heißt kleine Problematik? Schon sieht man das ein. Hey, Moment, ja, das wusste ich noch gar nicht. Da muss ich mich zuerst mal schlau machen. Und zack. Der Mensch wusste also nicht alles. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich mindestens ein Ziel setzt oder nicht immer versucht, ja, was heißt nicht immer versucht, nicht versucht, etwas herbeizulügen oder hervorzuzaubern. Klar, natürlich, jemand, der 20 Jahre in einem Betrieb arbeitet, weiß natürlich mehr als jemand, der ein Jahr da ist. Sage ich auch nicht, dass es falsch ist. Ich meine nur, dass nie jemand sagen sollte, er weiß alles. Denn ein Alleswisser, jemand, der alles weiß, gibt es nicht, wird es nicht in der Richtung gehen. Ein Mensch kann nicht alles wissen. Das gesammelte Wissen des Universums, würde ich mal sagen, wird alles mit inbegriffen. Selbst Wikipedia hat vieles, weiß trotzdem nicht alles. Sie weiß halt der Arm, wie soll man sagen. Wissenschaftliche Sachen, aber auch andere Sachen zum Beispiel. Deshalb, das Internet ist eigentlich das Beste, was es gibt, um Sachen herauszufinden. Klar, man könnte jetzt sagen, es gibt unnützes Wissen. Sicher. Unterstütze ich auch voll, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen kann, Nummer 1 Pokémon von den ganz alten Staffeln ist Bisasam, danach kommt Bisa Knosp, Bisa Flor. Super. Weiß jetzt jemand, super, wie bringt dich das in deinem Leben weiter? Nein, das ist einfach nur Wissen, was ich selber sage. Ich weiß es. Kann mich auch gerne, wer bestätigt, könnt ihr mich entweder bestätigen oder mir sagen, hey, Moment mal, Nummer 1 Pokémon ist was anderes. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Bisasam das erste wäre. Danach kommt, glaube ich, Shiggy und Glumanda, Glutex und Glurak waren die letzten der Staffel. Aber kann sein, dass ich Glumanda und Shiggy fett tue. Außerdem sage ich die erste Staffel, außerdem die erste Season. Das heißt mit Normal-Pokémon, Blau, Rot, Gelb. Andere Richtung ist wieder, hey, Moment mal, es gibt doch aber schon jetzt viel mehr Pokémon-Editionen. Ja, sicher gibt es viel mehr Pokémon-Editionen, die sozusagen immer einen Restart machen. Ich glaube, Schwarz und Weiß haben auch wieder ein einzelnes Pokémon, wieder 1 und 2 in der Richtung. So, das muss hier ab, damit das ungefähr so treppenförmig kommt. So, das muss hier so ungefähr treppenförmig kommen. So. Genau, jetzt sieht man schon, dass es an einer Seite zu kurz geworden ist. Das ist aber nicht weiter schwer, wäre eher schlimm. Dann erweitern wir das einfach. Ach, ich bin bekloppt. Genau das. Deshalb setzt euch das Ziel, mehr immer zu erfahren, wie es geht. Geht sozusagen zu den alten Hasen im Betrieb, falls ihr natürlich in einem Betrieb arbeitet, oder wenn ihr zum Beispiel was für die Schule wissen möchtet, geht dann einfach zu den euren Eltern, zum Lehrer, und fragt dann einfach mal um, einfach euren Wissensstand, den ihr habt, zu verbessern. Oder zu erweitern in der Richtung. So, jetzt können wir das natürlich auch machen. So, jetzt sieht er natürlich wieder total beschissen aus, weil wir dann jede Seite erweitern müssen. So. Das ist aber auch egal. So, was wir jetzt machen, ich hole mal mein gutes Paket hier raus, nachdem ich so lange gelabert habe. Tu mal das hier rein. Jetzt nehmen wir rote Lampen zum Beispiel. Jetzt brauche ich noch ein paar Redstone Torches, obwohl, ich muss mal das ausprobieren. So, nehmen wir mal einen Stuck. So, ich muss was ausprobieren. Ich nehme jetzt diese Lampe, tue sie auf den Boden und gucke mal. Ach, ich bin bekloppt. So. Ach. So. Also wenn ich die dran tue, ist sie nicht an, oder was? Genau. Das wird nämlich ein Problem sein. Dafür werden wir halt noch mehr Wut brauchen in der Richtung. Plack. So. Gib mir mal einen Stuck Wood. So. Genau. Jetzt werden wir sozusagen ein bisschen arbeiten in einer anderen Richtung. Nämlich wir werden Wood brauchen, Redstone und die Lampen. Tun wir die mal zur Seite. Rote haben wir. Was habe ich noch gebaut? Nehmen wir mal so ein paar blaue und paar Purple. Also lila, ne? So. Gut. Jetzt, das Wichtigste ist sozusagen, dass wir, ich mach mal hier zum Beispiel eine Lampe hin, dass wir den hier wegmachen, den hier drunter wegmachen und noch einen drunter wegmachen. Heißt, hier tun wir das drauf, dann tun wir das drauf und darüber kommt die Lampe und es leuchtet. Und das gleiche werde ich dann mal hier so ein bisschen verteilen. Sagen wir mal, hier kommt noch eine rote Lampe hin. So. Hopp. Lampe. Rote. Jetzt wechseln wir zum Beispiel zu der Lilanen. Tue ich die mal hier hin. Ach, ich bin bekloppt. So. So. Und eine Lilanen. Und dann leuchtet es hier schön lila. Und dann kann man das hier komplett ausschmücken. Ich mach mal hier, ich mach mal das so. Ich mach Mitte, dann zwei Außen. Okay. So, Mitte, zwei Außen. Das einzig Blöde ist dann halt sozusagen, dass man jetzt hier außen diese Redstone Torch sieht. Ist jetzt nicht so ideal geplant gewesen, aber so. So, mach ich mal so was. Dann kann man hier zum Beispiel nochmal runtergehen und dann eine Seite komplett in diesem Muster machen. Das ist sozusagen lila und dann zum Beispiel hier wechselkommt, hier jetzt kommt zum Beispiel rot hin. Also, machen wir mal hier die rote hin. So. Klack, klack. Dann machen wir mal links rot und rechts blau. So. Und dann kann man hier zum Beispiel noch das Ende machen, indem man hier unten zum Beispiel blau hinsetzt. Oh, Momento. Genau. Den wir einfach hier unten so abschließend blau hinsetzen. Oder lila, damit wir das sozusagen so haben. Und dann geht man da halt ein bisschen weiter. Hier werden jetzt wieder links und rechts dran. Zack. Zack. Eine Redstone, zweite Redstone. Dann haben wir jetzt hier blau und hier wieder rot. Dann haben wir hier wieder purple, so in der Mitte. So. So. Und hier. Genau. Und dann hat man so zum Beispiel schon einen wunderschönen Baum. Dann kann man natürlich hier noch so weiter alles schön verfeinern. Ich werde mich aber jetzt weiter mehr an ein anderes Ziel begeben. nämlich etwas Wunderschönem. Dann muss ich jetzt aber gerade mal was aus meinem Inventar holen. Genau. Dann nehme ich den Red Alloy Wire, den ich mir extra für das hier gemacht habe. So. Dieser Red Alloy Wire, wie ich erzählt habe, ist halt was Besonderes. Jetzt tauche ich ab. So. So. Genau. Aha. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, wir haben hier zum Beispiel auch noch Red Alloy Wire. Pack, 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 pack. So. Genau. Dann türen wir das mal weg. Weg, weg. Und hier geht es dann hoch. Und das wird dann was ganz Besonderes sein. Genau. Jetzt haben wir natürlich hier so ein schönes Loch gemacht. in dem Ding, was natürlich auch einen Sinn hat. Nämlich, was gehört auf jeden guten Baum? Natürlich. Kein Weihnachtsengel. Ähm, in der Richtung, aus dem einfachen Grund, ich werde hier kein Engel machen. Aus vielen Gründen. Äh, was heißt rein rechtlichen Gründen jetzt nicht. Aber, man kann zum Beispiel etwas anderes machen. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich hinzuzaubern. Also, man mag es mir bitte nicht übel nehmen, wenn ich das jetzt nicht so hundertprozentig super gut hinbekomme. So. So. Das ist halt das Wichtigste. Okay, gut. Wenn ich dann die Seite sozusagen zeigen werde, dass das unser hin wird, dann werde ich das auch in diese Seite machen. So. Heißt. So. So. Heißt, hier hinten werde ich das hier wegmachen. Wenn nämlich nicht den dreidimensional bauen, nicht dreidimensional bauen, sondern mehr so 2D-mäßig. Heißt, ich muss den auf die andere Seite übertragen. So. Klopp. So. Äh. So. Genau. Genau. Damit haben wir den hier. So. Haben wir den hier. Ach, ich bin begraut. So. Da, den ab, den ab. Dann brauchen wir auch nicht den hier. So. Der ist damit verbunden und dann klettert das hier hinten drauf. Genau. So. Was ich hier jetzt versuchen werde zu machen, wenn es überhaupt möglich ist für mich, so. Ich war nie darin gut. Ähm. Ist ein Stern. Äh. Der hat ein Bein. Was natürlich super ist. Also wenn man meine alten Zeichnungen gesehen hat, als kleines Kind einen Stern zu malen. Ich glaube, selbst als 21-Jähriger oder was weiß ich nicht, oder jetzt fällt es mir natürlich immer noch schwer, einen Stern zu malen. Obwohl man sagen kann, der ist so bekloppt, der kann nicht mal einen Stern malen. Ja. Ich bin so bekloppt, ich kann nicht mal einen Stern malen. Besonders mit Blöcken ist das noch schwer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann mache ich hier auch eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt ja sogar. Interessant. So. Dann gibt es natürlich hier sozusagen ein Bein. Dann wird es immer kürzer. Ja. Besonders mit Blöcken versuchen, was Schiefes zu zeichnen. Ha, ha, ha. Das ist natürlich super easy. Ja. Wie gesagt, wir werden sehr schnell unsere Lampen weg haben. So. Dann werden wir noch ein bisschen kleiner machen. So. Das kann doch nicht. Wann mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wusste ich doch. Hier ist einer zu viel. Heißt, hier muss einer komplett immer weg an der Seite. Und Moment mal. Einer tiefer. So, okay. Einer hier tiefer. So. Tiefer. Und damit muss das schon hier ein weniger. Ja. So. Genau. So. Dann kommt das hier hoch. Zu einem Stern. Und dann kommt ja hier sozusagen noch ein Arm nach oben. Yay. Ich bin so kunstvoll begabt. Bekloppt bin ich auch noch, wie ich die Blöcke hier setze. Naja. Nein. Ach, jetzt setze ich den auch noch wieder dahin, wo ich nicht hin soll. Moment mal. Hier, hier. Oh. Und schon sind wir leer an den Sachen. Okay, haben wir hier noch Randy Dandy Blue. Gelb. Zweimal gelb und einen Stuck davon brauchen wir. Okay. Wo ist mein Philosopher Sound? So. Ein Stuck. Ein Stuck. Ein Stuck. Ein Stuck. Genau. Sind zwei Stuck an den Sviraten. Ich hab jetzt... Oh doch, Glas hab ich Q. Ich heißt, ich brauch drei Stucks an Glas. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, sechs meine ich. Drei pro Seite und ein Stuck an Redstone. Okay, so. Zack. Ach, nee. Hier, C. So. Poink, poink. Poik, poik. Poik, poik. So. Und zack. Gelb wieder. So. Ähm, genau. Machen wir den mal ein bisschen spitzer hier. Genau. Aber nicht falsch setzen. Oh ja. Ich merk schon. Ich merk schon, wie super das hier im Endeffekt dann aussehen wird, dass ich mich so blamieren werde. Dann würde ich mich zuerst mal das ganze Jahr verstecken und nie wieder zeigen. Und da wundere ich mich, weshalb ich so wenig Abonnementen habe. Nein, natürlich nicht. Das ist halt nur der ideelle Wert. Die Idee dahinter zählt einfach alles. Machen wir das mal ungefähr hier auch so. Ähm. Hier so. Sieht aus wie ein plattgefahrener Frosch. Außerdem fehlt hier was. Die sind nicht komplett symmetrisch. Ach, ich bin bekloppt. Geh weg. Geh weg. Ah. So. Oder? Ne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heißt. Ja. Der muss weg. Und der da oben muss auch weg und einen weitergesetzt werden. Moink. So. Fast wie ein Stern. Ich glaube, wenn ich das hier unten sogar ein bisschen weiter ziehe, dann sieht das gar nicht so schrecklich aus. So. Sieht halt wie ein Manneken schon fast aus. Also das ist schon fast dann der Engel, der dann hier oben drauf ist. So. Genau. Ungefähr ist das jetzt ein Stern. Ich könnte das jetzt ein bisschen spitzer hier oben ziehen. Ach, ja. Ich glaube, da gibt es jetzt andere, die viel kreativer sind als ich. So. Genau. Wenn wir den hier vielleicht so abschwächen, dann sieht das vielleicht doch nicht so schlecht aus. Ja. Ist halt ein bisschen breiter Stern. So. Und das, was wir jetzt machen wollen, auf der anderen Seite, ist ungefähr hier alles so zu verbinden, mit diesem Red Alloy Wire, dass alles in der Nähe sozusagen auch noch Strom bekommt. Das heißt, der Red Alloy Wire ist dafür da, dass er umliegend Strom versorgt. Kann man so schön platzieren hier. Natürlich braucht man nicht so viel. Wenn man das so sieht, dann geht das hier. Hier zum Beispiel. Hier natürlich, um nach unten zu kommen, muss man die nebeneinander platzieren. Aber hier kann man zum Beispiel so machen. So. Normalerweise müsste das klappen. Ich mach mal zur Sicherheit ein bisschen mehr. So. So. Sieht das ungefähr gleich aus? Ne, warte. Also wenn das symmetrisch aussehen soll, dann von dieser Seite auch. So. Das passt ungefähr. So. Jetzt haben wir natürlich hier was Schönes gesetzt. Kommt sozusagen eine Ritz und Torch hier hin. Haha. So. Jetzt machen wir mal Nacht. Machen wir mal Nacht. So. Tatatata. Ach, sieht das nicht wunderschön aus? So schön am leuchten hier. Dieser schöne Tannenbaum. Gut, klar. Wir hätten den jetzt noch mehr schmücken können in der Richtung. Wir hätten auch den Stern besser machen können. Aber es ist halt nur der Gedanke der Ziele. Also. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich. Sozusagen für dieses Jahr fast. Nein. Verabschiede ich mich für euch an Weihnachten. Und hoffe euch, dass ihr alle Geschenke, die ihr euch gewünscht habt, bekommt. Froh, nett, Gesundheit. Und dass ihr alles erreicht, was ihr auch erreichen wollt. Und mehr kann ich nicht sagen, außer fröhliche Weihnachten oder andere Feiertage, die ihr zu der Zeit feiert. Bis dann. Und ja. Dann sehen wir uns schon fast im neuen Jahr wieder. Oder am 31. Und lasst euch ein bisschen überraschen, was da so passiert. Ich habe da schon so einiges an Ideen. Bis dann. Ciao.